herzlich willkommen zu einer neuen sogar von täglich 1 hier auf youtube täglich eine neue folge von mir von eurem marco lorenz dankeschön fürs abonnieren fürs teilen fürs liken fürs kommentieren ihr seid da draußen einfach spitze erstmal spaß mit euch zusammenzuarbeiten ja mein kind also wir sind heute hier bei uns im garten und ihr seht es ist warm draußen ich bin mir ein bisschen nacketeil ich kann es nacketeil ich habe unterhose an also da ja quanten zu beweisung da unterhose an wir gehen gleich baden heute ist großer partytag bei uns im garten wir haben dafür so ein bisschen dekorativ alles vorbereitet mit also party steigen kann musikanlage steht ein bisschen deko hängt auch umher und jetzt warten wir noch auf die gäste damit wir anfangen können mit kuchen essen mit grillen mit party mit getränken und natürlich ein bisschen mit feiergesang und mal sehen wie lange das ganze heute werden wird zum spiel der deutschen nationalmannschaft noch ist der geschenketisch leer aber wir fangen ja erst gerade an unser kind zumindest ist schon mal kräftig bei beim toben wir noch kurz im pool wie gesagt reinspringen und dann mal sehen was dieser tag für uns heute noch so bringen mag also wie wir ein bisschen den samstag genießen deswegen heute den kurzausgabe von täglich 1 2 ich wieder auf den pool reingehen einmal mich kurz mit abkühlen ein bisschen umherplanschen bevor wir die ganzen gäste anrollen die wir quasi zur geburtstagsfeier von unserer tochter und von von meine frau und schwester erwarten also wenn ihr mehr von mir wollt abonnieren teilen abonnieren teilen liken kommentieren tretet bei in unserer großen immer größer werden community und wir sehen uns bereits morgen wieder so eine ausgabe von täglich 1 euer marco 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 bis morgen wieder